Hier auf jeden Fall was technisch rausgegeben. Oh, und jetzt ist es schon zu wohnen. Und da muss der Räder mit Sicherheit zu machen. Hat es, Räder aus der Zorbon-Position. Und die rechte kommt. Eins, zwei, drei, und es wird abgebrochen. Aber das war's. Das war's. Oh, da steckt eine harte Ecke. Und der Kampf ist vorüber. Joachim Christen ist der neue Halbschwergebiets-Chapion von... ...und schon einige Fäuste gefangen hat. Aber vielleicht auch klar, das ist ein Verfall. Und bei dem es kein Sekt. Das ist ein Verfall. 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 Mario Adolf geht auch. Dein Wissens-Chapion. Oh, komm mal, Mann, hätte ich gleich gut. Schiff aus Warnbecker. Er hat sich in einem Kegsau. Er ist auf der rechten Kammerhaus. Er sieht ganz nur aus. Er hat das Vollwasser auf den besten Weg. Das ist mehr. Und dann kriegt er das Anruf. Das Anruf ist gekommen. Ja, Marrako, Brüssel. Oh, das sind natürlich Szenen. Die wollen wir nicht sehen hier. Ja, eigentlich wollten hier nur die Leute verhindern, dass der Kampf unnötig lenkt.